so und dann guck mal her wer ist hier im spiegel? Akko natürlich das bild auf meinem youtube kanal ist nicht bearbeitet so diese zwei kanäle könnt ihr abonnieren einmal akko the persian killer für kraft sport videos muskelaufbau und alles was in diese richtung geht und darunter akko power let's play wisst ihr ja für panzer let's plays und so weiter und unten seht ihr mein facebook akko akko amani alles klar viel spaß beim video gucken wir mal e3 type 5 was geht da und da wir mal was geht da was geht da wir mal was geht da wir mal wir mal Das war's für heute. Wir gehen mal Richtung Mitte hier. Pass auf, die haben fette CDs, ne? Ja. Ja. Lass mich mal Richtung Mitte. Geh du mal... Geh du mal, äh... Ja? Ja. Ja, warte kurz. Ich sagte... Ja. Geh mal weg. Ey, geh doch mal weg. Noch denn der TVP da oben? Geh nicht zu weit vor, bitte. Ich brauch deine HPs für gleich. Ja, genau. Voll getroffen, aber egal, weißt du? Geh mal Richtung Brücke gleich. Ja, okay. Geh schon mal Richtung Brücke, weil da kommt jetzt einiges. Ja. 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 Das... Geht Denk an die TDs, ne? Lass dir da die HPs nicht ziehen Ja Eventuell musst du auch ein bisschen auf die Minimap gucken und dann Base defen, aber bis jetzt sieht es gut aus Pass auf Ja, veräufig Eventuell müsstet ihr gleich mal die Brücke pushen Ne, dieser Mod macht mich komplett fertig Ach Gott ey Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, verfehlt, ich muss echt, ich meine, muss wehtun. Soll er die nur spiel? Push, push mal die Brücke. Ja. Guck doch mal raus, Maus. Nee, push einfach die Brücke, fahr einfach geradeaus. Da ist nichts mehr, komm, gib Gummi. Oh ja, genau. Oh ja. Oh ja. Oh, der hat gesessen, ja. Den hole ich mir hier. Der schöne HE-Schelle in den Arsch vom Kran war. Ja, geht doch. 603 Damage? Nein, noch wenig. Geht doch. Alter, ich hab da mal aus Munitionssäure rausgehauen. Nice. Der Kranwagen. Ja, unser TVP war von Noxus, da war ich auch mal drin, in dem Kran, schon ein bisschen länger her. Na so, warte mal kurz. Boah, wenigstens Damage. Warte, ich lab noch mal ein, vielleicht. Ich hab grad gedacht, warum lässt ich mich schon wieder einigen? Ja, Remen. Boah, ich hab so Nase zu wegen dieser Allergie, das nervt, Alter. Boah. Boah. und und Geht eigentlich. Pass auf, wir gehen hier in etwa, also jetzt nicht ganz nach links, weil da können die TDs wirken. Aber so ein bisschen in die Stadt und dann arbeiten wir uns hier so nach vorne. Ja, okay. Lass dich aber jetzt erstmal nicht blicken, bis ich auch da bin, weil sonst... Überraschungseffekt, nichts da. Ja, genau. Gut nachgedacht. Gut nachgedacht. Oh, da sind schon zwei, drei. Oh, hört ihr sessen? Oh, die sind schon massiv hier, pass auf. Ich wollte gerade sagen, was machen die Batchel da? Beschütze mal bitte meine Flanken, weil dann kann ich nach vorne mich selber verteidigen. Ja. Die Schüsse müssen sitzen, ne? Bitte nicht daneben treffen, sonst verlieren wir das. Was aufhören, die können durch die Mitte durchschießen, aber komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal zu mir. Komm mal her. Ja, komm mal. Geh rechts hoch. Aber nicht zu weit hoch, ne? Also, du musst nur gucken, dass keiner um mich herumfährt. Ja, ich glaube, es wird jetzt... Oh, der hat gesessen. Der hat gesessen. Damit haben wir aber gar nicht gerechnet hier. Wobei ich jetzt wirklich Lachfall bekommen würde, wenn der DS in den Armour-Rack reindrücken würde. Boah, Digga, wie ich verfehlt habe. Ich hätte dann so einen Lachflash bekommen, wenn ich dann so... Lachflash? Lachflash. Ne, Lachflash. Ja, Lachflash, auch gut. Äh, geh mal Richtung Mitte, Dev. Ja, ich gehe Richtung Mitte. Jagdpanzer rausgenommen, hier, hier, jetzt als nächstes. Und die kommen nämlich über die offene Fläche. Ja. Wir müssen schnell die Stadt aufräumen, solange deren Mäts woanders sind. Bleib immer in meiner Nähe, komm mit. Bin doch schneller als du, nicht. Wir müssen jetzt ganz schnell hier aufräumen, bevor deren Mäts kommt. Die Frage ist, wo ist dieser STRV? Das war wegen Fohlen. Ey! Alter! Guck doch mal, wo du hinfährst. Fahr mal Richtung Base zurück, hier ist alles klar. Wir müssen jetzt Base treffen. Fahr aber nicht zu weit an die Front, ne? Ja. Helf mal unserem Objekt 1-4-0 da, der verreckt gleich. Nicht zu weit rausfahren, ne? Die ziehen dir alle HPs. Entspann dich. Ja, genau wie der Schuss. Einfach durch. Fahr nicht zu weit raus, hörst du mir zu. Ja, ich fahr gerade hier zurück. Ja, genau. Ich mach den Low Roll des Todes. Komm mal ran hier. Jawohl. So. Als nächstes hier rüber. Die flankieren uns in den Arsch. Bleib aber in der Stadt, lass dir nicht die HPs ziehen von den Benchets. Ja. Ich bin noch Full-HP, so zur Not fresse ich mir mal ein, zwei Schuss, aber da musst du schnell reagieren. Nicht daneben, Baller. Achtung! Tschüssikowski, mein Freund. Geh du mal nach rechts, bitte. Geh du nach rechts. Geh nach rechts, bitte komplett. Ja, das müsste der haben, ja. Ja, okay. Jetzt kannst du mit hier hin. Oder du hast das. Okay. Ja, genau. Voll eingeaimt und nicht getroffen. Ja, na, ist klar, Junge. Ja, die, die... Das Ding ist so... Das Ding ist so auch... Auch echt gut gepanzert. Ja, aber nicht gegen meine HE-Schele. Da gibt's keine Panzerung. Geh doch! Was ist denn los? Tja, die dachten, die können eine Überraschung starten und das ging voll in die Hose hier. Der Kollege in seiner Bettchen jolot erstmal in unsere Base rein, ey. Und kassiert des Todis. Ja, war doch mal eine lustige Runde, du. Alles klärchen. So, abonniert den Channel. Bis dann. Mein Kraftsportkanal auch. Bis dann, ciao.